Roleiner ist ein Antico-Sighting-Unternehmen. Wir unterstützen hauptsächlich andere Firmen bei ihren Projekten. Wir sind sehr offen und wenn einer eine Idee bringt, dann schauen wir, dass wir es umsetzen. Aber auch abseits von der Firma an sich ist es so, dass die Kollegen sich so super verstehen, dass man dann einfach gemeinsam so etwas macht nach der Arbeit. Ich denke bei Roleiner einen guten Zusammenhalt, dass man mit jedem Kollegen eigentlich sprechen kann, um Rat fragen kann und dass auch der Chef jederzeit ein offenes Ohr für Probleme hat. Vielen Dank.